Vor zehn Tagen lieferte Airbus den 100. A380 an die Fluggesellschaft Emirates aus. Dies in Erfüllung eines weit zurückliegenden Vertrags. Scheich Ahmed bin Said El Maktoum, Verwaltungsratschef und CEO der Golfeierlinie, ließ bei der feierlichen Zeremonie in Hamburg durchblicken, dass Airbus bei der bevorstehenden Dubai Air Show mit einem weiteren Großauftrag für seinen doppelstöckigen Riesenflieger rechnen könne. Am Sitz des europäischen Flugzeugbauers im südfranzösischen Toulouse wurde aufgeatmet, denn Airbus hat von seinem Prestigeflieger seit über einem Jahr kein einziges Exemplar mehr abgesetzt. Am Wochenende eilte deshalb die ganze Cheffe Tage nach Dubai, um die Frohbotschaft verkünden zu können, die Medien spekulierten nur noch, ob Emirates 36 oder 38 Maschinen des 430 Millionen Euro teuren A380 kaufen würden. Ein harter Rückschlag. Am Sonntag erfolgte in Dubai dann in der Tat die Ankündigung eines Megadeals. Aber nicht etwa für Airbus, sondern für den Erzfeind Boeing. Die Amerikaner erhielten von Emirates zur allgemeinen Überraschung einen Bauauftrag über 40 Flugzeuge des Typs B-787-10 im Wert von 15,1 Milliarden Dollar. Die Airbus-Gewaltigen verzogen sich diskret. Die Airbus-Gewaltige ver pavement Gitarren KIM